Guten Abend und bonsoir. Politiker aller Parteien reagierten heute bestürzt auf die Nachricht vom Tode Hans-Dietrich Gensgers. Er war einer der beliebtesten deutschen Spitzenpolitiker. Der liberale Hans-Dietrich Genscher starb gestern im Alter von 89 Jahren, 18 davon als deutscher Außenminister. Wir ehren ihm im Gespräch mit einem intimen Kenner der Wendezeit. Bestürzende Anschuldigungen gegen Blauhelme. UN-Soldaten aus 21 Ländern werden von den Vereinten Nationen beschuldigt, zahlreiche Frauen und Kinder in Zentralafrika sexuell missbraucht zu haben. Und Unruhe in einem griechischen Flüchtlingslager. Auf der Insel Chios sind hunderte Menschen aus dem Hotspot-Lager ausgebrochen. Ab Montag soll die Rückführung von Flüchtlingen in die Türkei beginnen. Man nannte ihn auch Mr. Bundesrepublik. Hans-Dietrich Genscher war einer der maßgebenden Politiker Deutschlands im 20. Jahrhundert. Unter seiner Führung war die FDP-Königsmacher in Bonn. 18 Jahre lang prägte er als Außenminister das Bild Deutschlands in der Welt. Gestern starb Hans-Dietrich Genscher im Kreise seiner Familie. Er wurde 89 Jahre alt. Alexander Jenicke blickt zurück. Ja, und gerade aus Prag, diesem schicksalsträchtigen Ort für Hans-Dietrich Genscher, ist jetzt einer seiner langjährigen Weggefährten zu uns geschaltet. Guten Abend, Horst Telschik. Sie waren jahrzehntelang der politische Berater von Kanzler Kohl und haben auch eine ganz wesentliche Rolle in den Verhandlungen zur Wiedervereinigung gespielt. Genauso wie ihr, ich möchte schon was sagen, geht. Wie bleibt er Ihnen in Erinnerung? Er konnte auch durchaus kritisch reagieren, wenn er den Eindruck hatte, dass... Unter den zahlreichen Reaktionen, die wir heute in Deutschland gehört haben, ist auch jene hier von Frank-Walter Steinmeier, dem aktuellen Außenminister. Wir hören mal rein. Hans-Dietrich Genscher. Für was meinen Sie, Herr Telschik, hat er seinen Platz in den Geschichtsbüchern verdient? Für sein großes diplomatisches Geschick? Ziel, die deutsch-französischen Beziehungen so eng und freundschaftlich als möglich zu gestalten. Auf der einen Seite hat der Präsident mit einem französischen Kollegen Roland Dumas und das hat sich wechselseitig ergänzt. Aber ein bisschen eine Rivalität zwischen Helmut Kohl und Herrn Genscher. Die haben sich doch manchmal auch ein bisschen gekappt. Dass die FDP und der Außenminister und der ja gleichzeitig Parteivorsitzender war, seinen Spielraum hat... Diesen Spielraum hat er genutzt. Absolut. Das ist ihm gelungen. Den hat er grenzenlos genutzt. Ich bedanke mich sehr für diese Einschätzung aus Prag und noch einen schönen Abend. Danke schön. Und wir haben dieses Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Damit zu einer schockierenden Nachricht von diesem Freitag. Laut der Vereinten Nationen gibt es einen zutiefst besorgniserregenden Anstieg von sexuellem Missbrauch durch UN-Blauhelm-Soldaten. Soldaten und Polizisten aus 21 verschiedenen Ländern, darunter auch Frankreich und Deutschland. US-Präsident Barack Obama lädt zum vierten Nukleargipfel nach Washington. Zu diesem Spitzentreffen der Atomsicherheit sind Delegationen aus über 50 Ländern geladen. Neben den klassischen Themen, also Nordkorea und das iranische Atomprogramm, steht erstmals auch die potenzielle Bedrohung. Und der mutmaßliche Paris-Attentäter Salah Abdel-Slam, auch er ein mutmaßlicher IS-Terrorist, soll jetzt doch rasch von Belgien an Frankreich ausgeliefert werden. Das gab das belgische Justizministerium bekannt. In zehn Tagen schon dürfte er den französischen Richtern vorgeführt werden. Nicht nur in Syrien, auch im Irak drängen Regierungstruppen die Kämpfer der Terrororganisation IS zurück und erobern von der IS besetzte Gebiete zurück. Die irakische Armee wird dabei fort 120.000 Freiwilligen unterstützt. Eine beispiellose Mobilisierung der Zivilgesellschaft. Unsere Reporter Dominic Nk und Thierry Simonet haben sich ganz nah an die Kampflinie bei Bagdad herangetraut. Hier ein Ausschnitt aus ihrer Reportage. Tja und die ganze Reportage über diese freiwilligen Volksmilizen im Irak zeigen wir Ihnen morgen um 17.05 Uhr. Trotz massiver Kritik von Menschenrechtsorganisationen soll ab Montag der EU-Pakt mit der Türkei in Kraft treten. Das heißt, ab Montag sollen neu ankommende Flüchtlinge aus Griechenland in die Türkei abgeschoben werden. Aber die Stimmung in den Lagern und Hotspots droht zu kippen. Auf der Insel Chios musste die Polizei Proteste gewaltsam auflösen. Die eigene Familiengeschichte als sozialkritische Graphic Novel. Genau das hat der berühmte französische Comiczeichner Aurel jetzt gemacht. In La Menüserie, die Schreinerei, erzählt Aurel die Geschichte des elterlichen Betriebs in Südfrankreich. Tischlern hat in seiner Familie Tradition, aber leider keine Zukunft mehr. Richard Brunet hat sich gemeinsam mit Aurel diesen aussterbenden Familienbetrieb aus der Nähe angeschaut. Das war's von uns für heute. Gleich geht's bei Arte weiter mit einer Schlossbesichtigung in Portugal. Und um 20.15 Uhr dann mit Romeo und Julia auf Schwäbisch. Denn in dem Film »Die Kirche bleibt im Dorf« dreht sich alles um ein gesellschaftlich geächtetes Liebespacken. Also spannend. Ich wünsche Ihnen damit ein wunderschönes erstes April-Wochenende und würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten, dann wie immer am Wochenende um 19.15 Uhr. Bis dann. Merci de votre fidélité. Et bien soirée.